Die Fossil Group Europe GmbH gehört zu den weltweit führenden Anbietern von Uhren, Schmuck und Lifestyle-Accessoires. Zeit ist das Kerngeschäft der Fossil Group. Zeitlos hingegen sollte der Neubau der Fossil Group Europe GmbH in Basel mit Personal- und Kundenrestaurant werden. Für die Installations- und Ausführungsplanung sowie die Herstellung und Montage der Gastronomieeinrichtungen aus Edelstahl tickte die Simeta AG genau richtig. Die Simeta hat uns sehr gut beraten, hat ein sehr gutes Fachwissen, hat qualitativ sehr hochwertig gearbeitet und Preis-Leistung gestimmt bis zum letzten Schraubchen. Die Simeta hat die Begabe gehabt, dass sie sehr genau auf unsere Wünsche eingegangen ist und mich sehr gut lesen konnte und meine Bedürfnisse umsetzen konnte. Und mich beraten konnte in dem, was wir schlussendlich haben und bekommen haben. Weil das neue Restaurant von Mitarbeitenden und Kunden besucht wird, muss es gleichzeitig verschiedene Bedürfnisse erfüllen. Fossil wünschte eine Free-Flow-Zone mit Food-Inseln, damit die Gäste auch in der Rush-Hour-Übermittag problemlos mit Tabletts aneinander vorbeikommen. Sowie eine versteckte kleine Studioküche für die Tupperware-Fraktion. Neben der Funktionalität war auch das Design sehr wichtig. Fossil empfängt in seinen Showrooms anspruchsvolle Kunden aus aller Welt. Da muss jedes Detail stimmen, auch im Restaurant. In der Produktionsküche werden 95 bis 110 Menüs pro Tag von Betreiber Eurest zubereitet. Im Restaurant zirkulieren die Gäste zwischen einem Buffet für warme Mahlzeiten, Getränkebuffet, Salatbuffet und Kassenstation. Für Events von Fossil auf der Terrasse hat es zudem ein Backoffice im dritten Stock, das per Lift von der Restaurantküche aus bedient wird. Geplant hat das alles die AXET GmbH, welche für die Ausführung einmal mehr der Simeta AG vertraute. Eine weitere Anlage, welche die Kompetenz und die Stärke der Simeta AG deutlich unterstreicht. Und das nicht nur in der Ausführung eines weiteren Prestigeprojekts, sondern auch als fairer und loyaler Partner, der immer das Kundeninteresse an erste Stelle setzt. Simeta Immer eine Idee weiter